Was predigst du vom Fasten und vom Beten? Statt zur Moschee, lass uns ins Weinhaus treten. Füll Krug und Becher, ehe sie deinen Staub, Kajam, zu Krügen und zu Bechern kneten. Alles Leben hier auf Erden ist nur Trug und hohler Schaum. Wer kein Tor ist, muss erkennen, dass die ganze Welt ein Traum ist. Drum zum Becher weinesgreifend scheuchen weg die Wahngestalten und die Hirngespinste, welchen manchen Geist gefangen halten. Untertitelung des ZDF, 2020 Wer bist du? Ich weiß von nichts, gar nichts. Ich bin keinem Tod mit einem Überhalt. Woran denkst du? Denk nach, woran du denkst, eben losredest. Gebt mir eure Hände, ich bin bereit. Und Liebe und das, was du bist und das, was ich bin und das Raumschiff meines Herzens fliegt. Forever! Du bist wunderbar, du bist meine Liebste, du bist ein Schatz, du bist Gold, du bist ein Brillant. Mach die Tür auf, bringt Wasser, lass die Tränen zu Regen, Gürsten werden. Keiner hat eine Wahl. Heißt das, alles im Leben ist vorab entschieden? Absolut richtig, in diesem Leben ist alles vorab entschieden. Ich bin über das Wasser geschritten und untergegangen. Du kannst wiederholen, was du willst, aber meine Mutter lebt und keiner überzeugt mich vom Gegenteil. Was nun? Jetzt muss ich kopzen! Aus die Knie von mir, Greta, und küsst mir die Hand! Ich bin schlecht, ich bin sehr schlecht. Noch nie im Leben habe ich mich so betrunken. Wie konnte das passieren? Und warum, mein Lieber? Warum? Warum? Du wolltest keine Argumente verbrauchen! Wer hatte keine Argumente? Ich habe keine Argumente! Ja, sie hat keine Argumente! Ich habe keine Argumente! Ja, sie hat keine Argumente! Dann sag mir mal, mein Lieber, woran ist deine Mutter denn dann gestorben? Meine Mutter ist nicht gestorben, sie lebt! Was? Was? Du hast gehört was! Meine Mutter ist nicht gestorben, sie lebt! Vorher willst du wissen, was warst und was nicht. Es kann sein, dass ich Prostituierte bin, aber ich weiß, was warst und was liegt. Und woher? Lebenserfahrung. Ich gehe ins Kino. Ha ha ha! Zum Essen! Zum Essen! Das ist einfach mal! Alles okay? Verflucht sei dein vegetarisches Restaurant! Fuck! 50 Euro pro Person pro Stunde! Und Wabi machst du dich so billig, Rosa? Wollt ihr mehr bezahlen, bitte? Ich habe nichts dagegen! Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich liebe sie. Wie konnte das denn so schnell passieren? Mein Freund, ein blanker Volltrautel. Das Mädchen ist krank. Du kannst ihr nicht helfen. Ich bitte dich, lass uns gehen. Entweder du liebst, oder du bist ein verfickter Batzenpauschhaut. Verstehst du mich, Peter? Absolut! Eine Frau ist irre geworden. Sie hat sich hier mit einem schmutzigen Mädchen eingelassen. Sie braucht sofort ärztliche Hilfe. Hallo! Hallo! Ich bedenke mich, alle beschissenen Familien, für die zauberhafte Kerle der Liebe. Ich bin zu haben. Du willst mich doch wirklich, Alter. Ich habe doch gesagt, einverstanden auf der Stelle. Und was heißt auf der Stelle? Auf der Stelle heißt, auf der Stelle jetzt und hier. Erst jetzt, nachdem ich sie getroffen habe. Laura! Ja, jetzt, jetzt, nachdem ich Laura getroffen habe. Da habe ich das erste Mal gesehen, dass der direkte Bezug zur Realität ist. Der das Einzige ist, was wir reell haben. Alles andere, das sind Illusionen und Scheiß. Und das Einzige, was wir hier auf dieser Erde zu tun haben, das ist den Bezug zur Realität in der Erde zu stellen. Und das heißt, wir müssen lieben, 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 lieben. Verdammt nochmal, bezeichne ich euch, ein Bürger der Europäischen Union. Ein 32-jähriger Safe Manager einer Bank. So! Seid ihr bereit für die Ceremonie? Ja. Ich liebe ihn. Wunderbar, los geht's. Willst du Maximilian zu... Wie heißt du? Laura. Max. Laura. Freut mich. Ja, sehr angenehm. Willst du Maximilian Laura zu deiner Frauin? Ich will. Und du willst du, Laura. Ich mag sie wie der Ampferd Frauin. Ich will. Ich liebe ihn. Bis zu diesem Momentchen. Er ist... Das weiß verfickt nochmal keiner, worin sie besteht. Nein. Nein, du den Bezug verloren hast, Bruder. Wir müssen lieben. Lieben, 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 lieben. Verdammt nochmal. Es gibt keinen Freier. Es ist doch ödes Gelaber, das wir niemandem gehören. Den ficken wir denn damit, die sich nie herren. Wenn du jetzt damit nimmst, du nimmst dich ja unmöglich. Um Gottes Willen, bitte verzeihen Sie ihn. Er ist sehr betrunken. Schon gut. Werdet so cool wie Gott, der nie Schiss hat, nie rumheulen und Tag für Tag weiterbaut an dieser Welt. Den wird denn von so etwas besser. Mir. Ich will dich einfach nicht verlieren, weil ich dich liebe. Weil ich dich liebe. Was soll ich machen, Linda? Meinst du, wir haben eine Chance, alles zurückzudrehen? Ich denke nicht, dass man alles zurückdrehen muss, Karl. Ich denke, man sollte versuchen, neu anzufangen. Nicht in die Hosen machen, sagt Gott. Hauptsache, nicht in die Hosen machen. Bloß nicht in die Hosen machen. Keinen Schiss haben. Gerade heute habe ich genau darauf schon nachgedacht, alles zu geben. Alles. Wir sind nur so lange hier, bis wir alles gegeben haben. Das Ende der Menschheit ist gekommen. Mein Verschluss, mit dem sich gegenseitig ins Gehirn gescheiße. Abgeben. Verstehst du, abgeben? Alles weggehen. Anzug. Bauchfett. Mein Haus. Meine Kinder. Mein Geld auf meinem Bankkonto. Mein Haus und meine Kinder. Und mein kurzes Glück. Halt die Scheiße in mir drin. Und dein Gräß. An dem ich in vier Monaten sterbe. Aber so wie das aussieht, habe ich schon keine Kraft mehr, alles zurückzugeben. Es sieht so aus, als ob ich ganz schön tief in der Scheiße stecke. Wie heißt du? Rosa. Los, umarme mich von ganzem Herzen, Rosa. Was liegst du da rum? Verarschst du mich auch nicht, Marc? Ich habe einen Lungenkrebs, Rosa. Ich verarsche niemanden mehr. Nee, ich verarschst du. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020